Ähm, die total interessante Proberaum-Kumbo heißt es. Ich bin fast schneller als Niffy Clouty am Donnerstag hier vor. Super Action, Gitarreo, spielt sich die Finger bunt. Abgefuckter Metal-Drummer, ernährt sich ungesund. Der Typ am Bass, könnte auch ein anderer sein, sie geben Gas. Spielen alles kurz und klein. Geil. Moogtaus auf den Konzerten, haben sie sich auch gesehen. Irgendwann da meinte einer, sie müssten Boden gehen, jetzt sind sie da. Vor ihnen vier Deutsch-Punk-Hits an der Bahn und die drei, sie spielen ihre Hits. Hey. Irgendwann da kommt das Demo, dann wird sich auch gelöst. Zwei Spiele weiter, ein der Bestes. Und es war richtig schön und später dann wird das Demo eingepackt, sie denken dran. Meine Hütte, waren wir bekannt. Aus. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dankeschön.